Spartan Jameson Locke, UNSC. Captain Lasky lässt grüßen und bedankt sich für die Kooperation. MND vom Schatten ins Licht. Spione kündigen sich nun also an Agent Locke. Ich bin jetzt dein Spartan. Ich weiß, wer Sie sind. Als Agent meldeten Sie sich freiwillig, um mich zu töten. Und heute habe ich ihn das Leben gerettet. Und nun jagen Sie einen anderen Spartan. Den größten Ihres Klaus. Lass den jagen. Er wird uns nicht finden. Es ist Cortana. Sie hat auf jedes Gerät im Netzwerk zugegriffen. Sie weiß, dass der Wächter hier ist. Locke, das ist unsere letzte Chance. Sie haben die Feuerkraft, uns da reinzubringen. Sumarion ist die letzte Festung der Allianz auf Senghelios. Wir schlagen erst zu, wenn der Sieg uns sicher ist. Doktor, Osiris wird in Kürze starten. Halten Sie sich bereit. Die Waffenrotte. Wir sind hier zu Gast. Locke, ich habe ein Briefing vorbereitet. Angesichts von Cortanas Machtdemonstration will ich es nicht über offene Kanäle besprechen. Verstanden, Doktor. Sind unterwegs. Hier drüben, Osiris. Ich habe einen Weg gefunden, den Wächter zu aktivieren. Haben Sie was für uns, Ma'am? Das ist ein Konstrukteur. Ein Werkzeug der Blutsväter, dank dem ich mich mit dem Wächter verbinden kann. Konstrukteure waren in Blutsväteranlagen allgegenwärtig. Diese Hügel sind voller Unterstützungsstationen für den Senghelios Wächter. Prama besitzt Koordinaten einer solchen Station. Dort sollte es einfach sein, einen Konstrukteur zu finden. Ich bin bereit, wenn Sie es sind, Osiris. Okay, los geht's.